Mein Nachname ist Jul, aber ich trage seit der Jugend schon den Spitznamen Zuli, also ich hätte nichts dagegen, wenn ihr Zuli zu mir sagt. Meine Familie ist von Zagreb und ich besitze jetzt das fünfte Jahr schon die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin sehr gut aufgenommen worden von den Mitspielern, von den Trainern, von den Betreuern und ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Ich habe angefangen beim FC Wölz, das ist meine Heimatstadt, bin dann nach Linz gewechselt in die Akademie, dort war ich dann vier Jahre und nach den vier Jahren bin ich zu Ried, da war ich eben dreieinhalb Jahre und jetzt freue ich mich, dass ich in Salzburg bin. Was ist dein Freund mit Freunden und ich spiele gerne mit Freunden von zu Hause, gehe gerne Billiards spielen oder auch Basketball spielen. Was ist dein Freund mit Freunden und ich spiele am liebsten mit Hängen der Spitze? In Salzburg trainiert man etwas kürzer, dafür viel intensiver. Was ist dein Freund mit Freunden und ich habe angefangen in meinem Profileben, dass ich mit der Nummer 22 spiele, meine Lieblingsnummer ist aber die Nummer 10, aber die 23 war frei, deswegen habe ich sie auch genommen. Ich möchte einfach wie die ganze Mannschaft Gas geben, wir möchten den Fans ein gutes Spiel bieten und hoffentlich auch viele Tore. Liebe Fans, wir werden am Samstag unser Bestes geben und ich hoffe, wir können dann am Schluss ein positives Ergebnis gemeinsam feiern. Ciao! Ciao! Ciao!